Einen wunderschönen guten Morgen, neuer Tag. Heute ist Abreisetag. Es ist Montag und man ist einfach nur fertig. Es wird schon richtig weh. Wir müssen die Insel verlassen. Es war sehr sehr schön. Wir hatten mega geiles Wetter heute. Es ist etwas leicht bewölkt, aber es ist ja auch ganz freundlich egal, weil wenn ihr das seht, ist ja jeden Tag sowieso ein anderes Wetter. Aber wir hatten echt mega hoffen Wetter, mega geile Stimmung. Und ich sitze jetzt mal hier auf meinem Balkon vom Hotel Niagara mit dem schönsten Ausblick, den man sich vorstellen kann. Also es ist ja nicht nur der Bierkönig. Man hat ja auch viel viel mehr. Für Leute, die eben das Meer nie sehen, also es ist nie weit weg. Jungs ist auch völlig fertig. Erstes Frühstück. Hier haben wir ja gerade mal. Also er hat schon was gegessen die ganzen Tage, aber er hat es nie geschafft mal hier runter zu kommen. Was, magst du schon mal essen? Schön hier, ne? So, wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Taxifahrern hat es gewusst. Zum ersten Mal ohne Navi, wo ist der Flughafen? Also es ist verdammt wieder traurig, hier die Insel zu verlassen. Der einzige Memo, die ich mir jetzt selber mache, ist, Adi, kauf dir bitte vorher, bevor du am Flughafen ankommst, Getränke. So, jetzt machen wir hier drinnen im Check-In, in Duty Free Shop. Und da gehen ganz berühmte Leute einkaufen. Wir machen jetzt den Einkaufstipp. Hallo, was kaufen Sie gerade direkt hier ein? Wir hören, ich suche eine Dose Pilze, man. Und kriegen Sie keine. Es ist fürchterlich. Unsortiert, diese spanischen Flughafen, unsortiert. Ja. Nur geklappte. Hallo. 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 Wir sind auf Wegen nach Hause. Zumindest versuchen wir es. Wir haben die Flugzeit heute. Ja. Er trittet. Ja, ja. Er tritt. Tritt. Er 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 tritt, er fährt, er fliegt. Ja. War schön, oder? Sehr schön. Der war irgendwann. Heimlich, heimlich. Habt ihr insider Tips? Ja. Ja. Hi, gut, ja. Gibt's einen Romantik-Strand in den Bereich? Ich finde das deutsche Eink immer noch am schönsten. Nööö. hin, her, vom Hotel … hin, her, her, hin. Unne Sinne. feelings verstanden. ascular nicht. Kann man auch ein Schneideblatt mit? Ich wünsche 열� was. Bis gleich! Was war denn? Krass! Liebes Jahr, Malle wir sind wieder da! Komm, die Kamera gucken! Ulle, ulle, ula! Malle wir sind wieder da! Wahnsinn! Komm, noch einmal! Ulle, ula! Malle wir sind wieder da! Ulle, ulle, ula! Ulle, ula! Ulle, ula! Schalalala! Komm, noch einmal! Ulle, ula! Ulle, ula! Schalalala! Schalalala! Malle wir sind wieder da! Schalalala! Ja, wo sitzt denn du? 20, eh? 20! Die Schwererordnung dazu! Die Schwererordnung dazu! Die Schwererordnung dazu! Dann lege die Karte auf den Bauch ab! Komm nix auf! Hallo! Die Schwererordnung! Die Schwererordnung! Ich erkehste! Ich erkehste! Ich erkehste! Wir mussten wieder umruhen! Wir saßen ganz vorne! Jetzt sind wir hier hinten! Ja, hin! Ja, hin! Oh, es ist ein Unverstand! Es geht los! Es geht los! Oh, es ist zu förstå Ohhhhh Uhh Oh, oh! Oh ho! I will Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Abonnieren, abonnieren. Abonnieren, 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 abonnieren. Abonnieren, abonnieren, abonnieren.